Noch bevor die dritte Staffel von Sieben vs. Wild überhaupt ausgestrahlt wird, gibt es schon den ersten Eklat. Kurz nach der Rückkehr der Teilnehmenden in die Zivilisation wurde verkündet, dass Tierfilmer Andreas Kieling von der Produktion ausgeschlossen wurde, und das, noch bevor er überhaupt in der kanadischen Wildnis ausgesetzt wurde. Der Grund? Es soll zu einem grenzüberschreitenden Vorfall zwischen ihm und Ann-Kathrin Bendixen gekommen sein. Kielings Anwalt weist jegliche Vorwürfe zurück. Es hat zu keinem Zeitpunkt Grenzüberschreitungen oder Übergriffigkeiten meines Mandanten gegeben. Für Ann-Kathrin Bendixen sind die Geschehnisse und das, was auf Social Media dazu geschrieben wird, offenbar nur schwer erträglich. Sie meldete sich zu ihrem aktuellen Gefühlszustand auf Instagram zu Wort. Ann-Kathrin Bendixen macht Geständnis. Auf die Frage eines Users, ob sie momentan glücklich sei und wie es ihr gehe, schrieb sie ganz ehrlich. Ich bin viel am Verarbeiten, am Reflektieren und merke, dass ich Fehler oft bei mir suche. Die letzte Zeit wurde vieles aus meiner Vergangenheit aufgerollt. Ich merke, dass ich nicht immer der offene Mensch bin, sondern doch so etwas wie Scham besitze. Ob sie sich dabei auch konkret auf die aktuellen Geschehnisse rund um 7 vs. Wild bezieht, bleibt offen. Sie stellt allerdings auch klar, dass es ihr ansonsten gut gehe und sie volle Kanne Bock auf die Zukunft habe. 7 vs. Wild Teilnehmerin schockiert von Hate, angesprochen auf den Hate, dem sie ausgesetzt ist, erklärt Ann-Kathrin Bendixen ihren Follower. Innen Es gibt viele Menschen, die haten. Ich bin schockiert von der Gesellschaft, in was für einem Ausmaß das passieren kann. Sie habe das Gefühl, viele Menschen seien grausam geworden. Deren Alltag würde sich nur um Drama und Stress drehen. Wichtig sei jedoch, dass sie vor allem die Menschen sehe, die hinter ihr stünden, mit ihr ihre Geschichten teilen und mich als ihren kleinen Safe-Spot sehen. Ganz explizit geht Bendixen auch auf eine Frage nach ihren 7 vs. Wild Co-Stars ein und erklärt überraschend, hab ohne Witz alle in mein Herz geschlossen. Gibt kein Team, welches angetreten ist, das ich mehr als andere mag. Die waren alle sympathisch. Sie würde alle sehr vermissen. Ob sie da auch Andreas Kieling mit einschließt? Das bleibt offen.